Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured and in your hair cut cute Yeah, geil, Jasper! Ja, mit Arne, ey! Aber es sind immer andere Teams, ne? Nee, wir hatten das Team hier schon mal. Das Team hatten wir schon mal, ja. Ja, aber mit Jasper und... Nein, hatten wir schon mal. Doch, musst du, weil ich schon mit Nils und Arne war. Okay, toll. Macht doch alles keinen Sinn. Ja. Das geht's. Alter, wie lange ich fliege! Ja, schön zu deinem eigenen Tor. Ja, der ist viel zu hoch dabei. Ah! Egal, der geht noch. Boah, f***, der ist safe. Der kriegt nicht mehr einen Safe. Mann! Der hat mich denn ins Tor teleportiert, Mann. Marie, Nils! Ey! Ja, ey! Nix da. Nein! Hier wird nicht. Oh, wie denn? Was? Oh! Noch getroffen irgendwie. Gott getroffen. Noll! Was? Das war nicht meiner? Wie ist das mein Tor? Nein! Ich hab den Ball mit dem Blut. Ich hab den Ball mit dem Blut. Aber das war voll das Teamwork hier. Ey, guck dir mal bitte an, wo ich bin. Der Ball wird vor mir weggeschlagen. Guckt jetzt mal einfach das Teamwork an, ja? Bam! Ich hab den nicht begriffen. Ja, schieß ich ihn ins Tor rein. Warum ist das nicht meiner? Weil es ein Eigentor war, du Eierkopf. Er hat ja noch... Hä? Hä? Was? Ich hab... Noll, jetzt rauch ich das auch erst. Das war halt echt ein Eigentor. Ey, wir sind orange. Niklas. Ach Gott, ja gut. Das war überragend gemacht, aber das war leider ein Eigentor. Ich dachte so, hä? Wieso kriegt Nils das Tor? Ich weiß aber auch nicht, warum ich das gekriegt hab. Ja, aber er hat nichts gemacht, so. So... Ich hab blau und blau Gabe. Was weiß ich, in welchem Spiel ich... Mann, Arne. Waaah! Ich hab damit gewohnt! Hä, wie ist das nicht mein Tor? Ich hab dagegen gehauen. Hä, ich hab den reingehauen, oder nicht? Wie kann man den zielen? Ich hab dagegen geschlagen. Guck mal, wie ich perfekt hochflinke, zack! Und in Ruhe. Ey, du bist ja längst schon. Der wäre nicht reingegangen. Das war mein Tor. Ich hab gewinnen. Ja, ich war's. Nicht freuen. So ne Scheiß hier bei dieser ganzen teleportieren Reihe. Oh, komm schon! Oh! Der Pumple! Jawoll! Wahnsinn! Kein Problem, Arne. Alex, mach mal jetzt was hier. Ich hab mich für dich reingepumpelt. Ja, ich fang gleich an. Boah, Alex, null Punkte! Ey, mal dieser Arne, da lag der Einspieler rum und gleich große Fresse. Immer muss ich das Team carryen, ey. Ich hab! Ja, unser Team letzter hat mehr als ihr alle zusammen. Ups. Hab ich wohl Linkslenkung. Ey, nein! Ich bin hingefallen! Boah! Ich bin hingefallen. Mama! Gestolpert! Ey! Ey, wo schießt du denn hin, Arne? Ey, wie im echten Leben, Alter. Arne, die drüber weg. Null! Die Side-Steps! Was? Das war ins richtige Tor. Ich wollt grad sagen. Einmal muss ich auch drüber treffen ins richtige. Wie der da rumgewabert ist. Boah! Ich hätte ja den Ball da schon wieder verloren. Gerne. Ja, ich hab 25 Punkte. Ja! Nice! Gleich hab ich Jasper. Du hast mich als Punkte. Ja, aufgeholt. Eingeholt. Was mach ich? Was mach ich? Ich dumm! Ey, wer hat mich... Äh? Steh ich nicht. Nicht manipulieren. Nils! Au! Nicht spekulieren, Nils! Nils! Was? Lale! Lale! Was? Ey, wieso hab ich Arne im Tor? Boah! Okay, erstmal gucken, was Arne da macht. Ey, Mann! Ey! Da hab ich den Typ bei mir im Team. Ja, beides. Ein Rückzieher, warum auch immer. Erstmal noch 5 Punkte! Richtig! Glückwunsch! Ja, dankeschön. Nein, noch nicht. Dein Team-Gamer. Oh! 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 Der Typ. Ich hab jetzt 3 von 3 Toren mit der Scheiße gemacht. Ne, 2 von 3. Ich hör nur wein, 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 wein. Wenn du Missgeburt, Missgeburt, Missgeburt. Kann ich auch nichts dran ändern. Was? Das war ich. Oh, shit. Einfrieren! Was? Ja! Du bist es! Dass man dafür keine Punkte bekommt, ist wirklich frustrierend. Geil! Danke! Schöner Einfrieren. Wer auch immer das eingefrieren ist. Geil. Direkt vor meiner Fresse eingefroren. Oh, ich war ne Sekunde zu spät, ey. Ohohohoho. Er wär unten in den Magneten aber auch nicht reingegangen, glaub ich. Ja, das stimmt. Das war genauso gewollt. Ja, ein Triple-Team-Player. TG. Ja, du hast hier alles geplant, von langer Hand. Wir sitzen ja alle mit unseren Parabeln vorm Rechner. Eine Verschwörungstheorie. Oh, der fällt. Das gibt's doch nicht. Nicht mich hochwirbeln, jetzt. Doch. Doch. Och, Mann. Jonas. Maaan. Der springt einfach die ganze Zeit hin und her. Ehrlich so. 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 Vielen Dank.